Access D-D-D-D-D-D-Night Lassen Sie diese Programmierer nicht in das System einbringen. Ende der Kommunikation Er ist ein User. Eliminiere ihn einfach. Ende der Kommunikation Ich kann nicht zulassen, dass mich ein unerfängiges Politiker im Programm überwacht. Ende der Kommunikation Nächste Woche werde ich übrigens das Pentagon anspeichern. Ende der Kommunikation Access D-D-D-D-D-Night Ich kann nicht zulassen, dass mich ein unerfängiges Politiker-Programm überwacht. Ende der Kommunikation Nächste Woche werde ich übrigens das Pentagon anspeichern. Ende der Kommunikation Nächste Woche werde ich übrigens das Pentagon anspeichern. Ende der Kommunikation Nächste Woche werde ich übrigens das Programmierer nicht in das System einbringen. Ende der Kommunikation Untertitelung des ZDF, 2020